Hey, du willst alles in GTA 5 besitzen? Dann hole dir auf cynicsmods.com unsere GTA 5 Pakete und werde mit unserer Hilfe einer der reichsten Spieler. Jo, was geht meine GTA-Freunde und auch Cellivalisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online. Und ich hab da was Kleines, Leckeres für euch. Denn ich lese mir ja die Kommentare durch, die ihr mir so schreibt. Auch wenn ein Großteil leider nicht so nett ist, was man mir schreibt. Aber da will ich jetzt mal drüber hinwegsehen. Denn ich lese auch relativ häufig, dass es einige Leute gibt, die leider kein Safe Wizard besitzen. Kann ich verstehen, das ist eine Menge Geld, was man dafür ausgeben muss. Und ja, nicht jeder hat halt die Kohle, vor allem Schüler oder sowas. Und deswegen habe ich mir mit meiner Freundin Gedanken darüber gemacht. Und wir sagen einfach mal, hey, komm. Wir schenken jemandem von euch einen Slot auf Safe Wizard. Beziehungsweise ihr bekommt jetzt kein Safe Wizard Key von uns oder von mir. Sondern ihr müsst lediglich einfach nur uns oder mir eure Login-Daten schicken. Also der Gewinner, ne? Der Gewinner. Einfach nur die Login-Daten schicken. Und dann machen wir das. Was müsst ihr für einen Safe Wizard Slot machen, um bei dem Gewinnspiel dran teilzunehmen? Eigentlich ganz simpel. Ihr schreibt in die Kommentare rein, ob ihr ein Safe haben wollt für den Frozen Money und dann den Frozen Money Glitch machen könnt. Oder ihr wollt ein Safe oder halt das gemoddete Safe auf eurem Account haben, wo ihr dann die Outfits machen könnt. Und bei dem Outfit ist es halt so, die Outfits müsst ihr halt dann erstellen am PC und mir zuschicken. Also ich weiß jetzt nicht, was für ein Outfit ihr haben wollt und und und. Deswegen müsst ihr mir dann ein Safe mit dem Outfit zuschicken, damit ich das dann euch auf dem Safe Wizard drauf machen kann. Zudem müsst ihr dann noch in die Kommentare einen Satz schreiben, damit ich die Teilnehmer rausfiltern kann. Und der Satz lautet einfach nur Danke für das Gewinnspiel. Mehr müsst ihr nicht machen. Einfach nur den Satz Danke für das Gewinnspiel reinschreiben und ob ihr Frozen Money machen wollt oder Outfits machen wollt oder halt ein spezielles Outfit online holen wollt. Das schreibt ihr einfach nur in die Kommentare und dann nehmt ihr auch schon dran teil. Ah ja, ihr solltet auf jeden Fall noch abonniert haben, die Glocke aktiviert haben und dem Video vielleicht noch ein Like geben. Das ist so eine Hand wäscht die andere und so. An der Stelle war es das eigentlich auch schon. Ich wünsche jedem Teilnehmer viel Glück. Das ganze Gewinnspiel wird bis zum Sonntag den, jetzt muss ich auf den Kalender schauen, das wird der, jetzt einen kleinen Moment, bis mein Kalender sich eröffnet, Sonntag der 25. April sein, also genau eine Woche 18 Uhr. Da wird die Auslosung stattfinden mit separatem Video natürlich. Und der Gewinner wird random über eine Webseite dann rausgesucht, so wie beim letzten Gewinnspiel. An der Stelle würde ich sagen, viel Glück jedem Teilnehmer und wir sehen uns dann die Tage wieder. Da habe ich auch noch was für euch geplant. und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, gerne auch ein Abo und wenn ihr mich supporten wollt, dann werdet auch gerne Kanalmitglied. Könnt ihr schon ab 99 Cent im Monat und wenn ihr Fortnite spielen solltet, könnt ihr gerne den Creator-Code Sellywild3108 im Itemshop eingeben. Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.